Kings Landing wuchs um Aegon und seinen Hof und breitete sich auf und unter den drei großen Hügeln an der Mündung des Blackwater aus. Der Höchste hieß bald Aegons Hoher Hügel, während man die niedrigeren Visenias und Raenas Hügel nannte und ihre früheren Namen in Vergessenheit gerieten. Die einfache Turmhügelburg, die Aegon so schnell errichtet hatte, war weder groß noch prächtig genug, um den König und seinen Hof zu beherbergen, weshalb man schon mit dem Ausbau begonnen hatte, ehe die Eroberung vollendet war. Ein neuer Bergfried wurde errichtet, ganz aus Baumstämmen und fünfzig Fuß hoch. Darunter entstand zunächst eine riesige Langhalle und dann auf der anderen Seite des Hofes eine Küche aus Stein, die zum Schutz vor Feuer mit Schiefer gedeckt wurde. Stallungen kamen hinzu, außerdem ein Getreidespeicher. Ein neuer Wachtturm wuchs in die Höhe, doppelt so hoch wie der alte. Schon bald drohte die Aegon Feste aus allen Nähten zu platzen, also wurde eine neue Palisade errichtet, die einen größeren Teil der Hügelkuppe umfasste und genug Platz für eine Kaserne, eine Waffenkammer, eine Septe und einen Rundturmboot. Unterhalb der Hügel entstanden entlang des Flussufers Anleger und Lagerhäuser und wo einst nur Fischerboote zu sehen gewesen waren, machten Handelsschiffe aus Old Town und den freien Städten neben den Langschiffen der Velaryons und Celtigas fest. Ein großer Teil des Handels, der zuvor in Maidenpool und Duskendale abgewickelt worden war, kam nun nach King's Landing. Ein Fischmarkt etablierte sich am Flußufer, ein Stoffmarkt zwischen den Hügeln.